Hallo und willkommen zurück zu Devil May Cry Und ich frage mich immer noch, wo es hier zu... ...keine Ahnung... ...dem komischen Geschrei geht Weil hier kann ich mich erstmal wieder stärken Mit Verbesserung Ach, habe ich ja keine Gegenstände, meine ich Ich könnte hier davon einen nehmen Ach, davon kann ich keine zwei nehmen Nimm ich eine und eine goldene Kugel Goldene Kugeln sind sehr wichtige Gegenstände Ah, da ist er! Schnauze! Dass man den aber aus der Entfernung schon hören kann Wow! Wuhu! Gleich habe ich dich, Bob! Ah, ich glaube... ...das denke auch nur ich Wow! Wow! Ah, wundervoll! Verdammt, was ist denn da los? Scheiße... Ach, Mann! Ach, Mann! Wuhu! Hallo! Hallo ihr! Lass den alten Mann los! Hap hier! Hap hier! Hap hier! Ähm... Na komm, stirb doch! Na komm, stirb doch! Puh! 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 Ist das nicht geil! Das ist das nicht geil! Das ist das nicht geil! Das ist das nicht geil! Dann bleib ich doch hier Ist das knapp gewesen Ohne runterzufallen, ist doch cool, oder? Ich will dir helfen, wenn du mir zuerst hilfst Na, erzähl schon Tja, Mission ging dann noch schneller vorbei, als ich gedacht habe Aber, naja Starte ich halt die Mission Oh, jetzt zeig ich da neue Fähigkeit halt Die man halt auch Die könnte ich noch hinkriegen, aber Ich denke nicht so viel nach beim Kämpfen Ich hau mal drauf Im Übrigen werde ich auch versuchen Ein Let's Play von Destiny zu machen Wenn es draußen ist Irgendwie hat es mir angetan Es mir zu holen Ich hab schon ein gutes gehört Diese fliegenden Mistviecher haben mein Auge Sie quellen mich ständig Ohne mein Auge kann ich nicht fort Ich bin auf Ewigkeit gefangen Bring mir mein Auge Dann werde ich dir helfen Hey, hey Fliegende Buster Hier der Ruhm Jetzt, Tante Mach schon Folge ihm Tu dir den Mist Okay So ist gut Wo geht's later? Ach, super Da drüben ist ein Ich glaube, das kann ich mit dem Item machen Mit dem neuen Engels-Item Ah, ja Okay Bam Oh Was war das? Äh, scheiße Ach nee, ich musste ja Ah So geht das Da seid ihr Wow Au Wo die springen noch rein Was? Ja Ist Ist Boah Boah Wie Ah Fliegende Mistkerne Ja Ja Gegenstand Kleiner reicht Yeehaa Yeehaa Oh Mann Mann Fäder ist Diss Oh yeah! Wo geht das? Au! Na super! Wo muss ich denn lang? Von dort kommt aber kein Zug Zu spät reagiert Arsch Oh Yeah! Bam! Ist hier noch was? Nö Okay dann Schade, dass ich mich nicht hier heilen kann Aber ich kann Verbesserungen holen Welche Waffe soll ich denn noch ein bisschen verbessern? Hm, die Rebellion benutze ich oft Ich benutze eigentlich alle Waffen oft, außer die Osiris Die benutze ich nicht mehr so oft Nein Ach, was ich bei der Osiris so oft benutze Das habe ich schon verbessert Das habe ich schon verbessert Was sind das? Strähne? Niederreißen Hm Hm Ja, ich stehe doch mehr auf Fähigkeiten Mach ich erstmal alle Fähigkeiten Gehen Gegenstand Kann ich keinen Meister Nein Komm zurück Ah, Mist Ah, stirb, 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 stirb Bei Entgegnern Egal Das Nest Das muss es sein Woo Oh oh Warum mache ich für einen alten Dämon all diese Arbeit? Oh richtig, deshalb Und Häpp Ich hab's Das muss das Auge sein Kill, Trapped, Die Okay Flugviecher Ein Hinterhalt Verfickte Fliegeviecher So Das 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 Ich werde ein Das Na? Verdammte Ich darf auf jeden Fall Alter, was zum Alter Ah 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 Ahhhh... Na Zuba Ach komm Oh Komm ja Und du auch So Das war ein recht hübscher Karten Wie komm ich jetzt zurück? Ah, okay Ah, raus hier Ist schon Heftig Dieser Schwierigkeitsgrad Für einen wie mich zumindest Denn ich bin total Schwach Schwach Du bist Teil einer Heere Mundus beschützt dich Oh Mann Oh 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 Ach Ich hasse das So langsam Ist der Schwierigkeitsgrad echt scheiße Mann Das Ausweichen hätten sie besser machen können Ich glaube ich werde ein Problem bekommen Ich glaube ich werde ein Problem bekommen Ich glaube jetzt kommt Ein Zug wollte ich sagen, aber Ähm Ich glaube jetzt kommt Ein Zug wollte ich sagen, aber Oh Ah da ist er So In der nächsten Mission mache ich die Schwierigkeitsgrad eine Stufe runter, weil da Gerade solche Gegner haben Ich finde das Spiel ist schwer genug Fuck Ist nun der Fettsack Okay 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 Du hast nicht anders gewollt Fettsack Ah Mist Runter mit dir Runter mit dir Nein Ah Friede Oh Puh Ohne Scheiß also der Schwierigkeitsgrad Der ist mir doch Ein Dolch zu schwer Sorry Leute aber Könnte nicht von mir verlangen Ich wollte es versuchen auf dem Schwierigkeitsgrad Aber naja Wer ist da? Sie selbst Ein Auge Du hast es? Hast du es? Ich kann sehen Ich kann sehen Ich kann sehen Ich kann sehen Nein Nein Ich kannte deinen Vater Sparda Du siehst ihm ähnlich Sparda war ein Dämon Ich sehe ihn nicht ähnlich Nein Natürlich Du bist ein Nephilim Auch das sehe ich Was bist du? Was bist du? Phineas Gelehrter Erfinder Prophet Dämon Dämon Und bis du kamst auch Gefangener von Mundus Ich danke dir Es war kein Gefallen Du hast gesagt du bringst mich zum Turm Natürlich mein Freund Natürlich Hier entlang Ich kann mir nicht vorstellen dass manche so verrückt sind und auf noch höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen Puh Naja ich war wirklich schlecht Aber ich werde den Schwierigkeitsgrad runter schrauben Weil Bis hierhin habe ich es gut überstanden aber mittlerweile ist das sehr schwer geworden Und Es ist sehr anstrengend Ah naja So macht das ganze auf jeden Fall viel mehr Spaß Und trägt mich viel weniger auf Auf jeden Fall hoffe ich dass es euch dann auch mehr Spaß macht mir zuzuschauen Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal Bye Bye Euer Zwinita